Und kontinuiert ist natürlich auch unser nächster Redner. Während sich die Politiker von SPÖ und ÖVP viel lieber auf irgendwelchen Schickimicki-Events oder gestellten Stammtischen herumtreiben, ist er bei euch unterwegs. Denn da ist er am allerallerliebsten. Draußen bei den echten Menschen. Und gemeinsam mit unserem Herbert Kickl tourt er durchs ganze Land und hat immer ein offenes Ohr für eure Wünsche, eure Anliegen, aber auch eure Sorgen. Es freut mich, ihn heute hier in Salzburg begrüßen zu dürfen. Einen ganz, ganz großen Applaus für unseren Generalsekretär Michael Schnelitz. Bumm, liebe Freunde. Also es ist wirklich schön, bei euch sein zu dürfen, da in meinem Geburtsbundesland Salzburg quasi. Es ist wirklich schön, bei dir sein zu dürfen, liebe Marlene. Und es freut einen auch natürlich, dass die Kronenzeitung bereits draufgekommen ist, liebe Freunde, dass das Bundesland Salzburg unter einer Landeshauptfrau Stellvertreterin Marlene das Fahrzeug wieder so richtig fortaufnimmt und dann plötzlich ein Problem damit hat, wenn auch freiheitliche Politiker mit dem Auto fahren. Was ja bei den anderen, und das wisst ihr alle, gang und gäbe ist. Liebe Marlene, die Wahrheit ist ganz einfach. In Wahrheit haben die ein Problem damit, dass du dauernd unterwegs bist draußen bei den Leuten. Dann haben es die Journalisten nämlich ziemlich schwer, dass sie ihre Lügen in diesem Blättern Vergleich verbreiten, weil du immer zuerst unterwegs bist. Die haben ganz einfach ein Problem damit, liebe Freunde, dass unsere Marlene, egal ob zu Fuß, am Berg, beim Jagen oder mit Radl oder auch eben im Auto, immer einen Schritt voraus ist. Liebe Marlene, die haben einfach ein Problem damit, dass du bereits den Blinker schon wieder raushaust und auf der Überholspur Richtung Landeshauptmann unterwegs bist und gut so, liebe Marlene. Und du hast es ja selbst schon angesprochen, liebe Freunde, ich bin auch mein Auto da. Wir schämen uns nicht dafür, Turbo-Diesel super zu fahren, jetzt wo dieser Lufthunder weg ist. Aber eines verspreche ich euch auch und ich habe kein Problem damit, wenn diese Journalisten ein Problem damit haben, dass wir mit dem Auto fahren. Dann fahre ich das nächste Mal mit dem Traktor nach Wien. Aber dann, liebe Freunde, dann nehme ich es ja auch ein Fassler-Agrämmel. Man glaubt ja gar nicht, was man erlebt, wenn man unterwegs ist auf so einer Heimat-Tour. Das ist ja nicht das erste jetzt da in Salzburg, was Journalisten betrifft, aber auch was andere Parteien betrifft. Wie ihr vielleicht gesehen habt vor der Tür draußen, wir haben auch bei den Stationen eine Schneiderin mit, dass ich ein bisschen was ändern kann für euch und einen Scheren und einen Messerschleifer mit, damit ihr eure Scheren wieder schleifen könnt und eure Messer, weil wir eben der Meinung sind, es ist eine gute Idee, dass man während die anderen davon reden und Gendern und irgendwelche Sitzkreise machen, dass man Nachhaltigkeit lebt mit Hausverstand und dass man auch das Handwerk wieder in den Mittelpunkt legt. Aber siehe da, meine Freunde, siehe da, vielleicht haben es ja ein paar von euch mitgekriegt, dann sind wir nach Kärten gefahren und ein paar Tage davor haben die Artikel angefangen in den Zeitungen. Da sind wir dann drauf gekommen, dass manche Journalisten und auch vor allem die österreichische Volkspartei Angst vor ihrem Messerschleifer hat. Angst vor ihrem Messerschleifer. Der schwarze Kärntner Parteiabmann, die schwarze Bürgermeisterin vom Ort, wo wir waren, jetzt frage ich mich wieder in Turm, essen die daheim nur mit Löffel und Gabel oder gibt's bei denen daheim nur den Lieferdienst? Aber eines ist mir jetzt bewusst geworden, jetzt weiß ich, warum dieser Nehammer zum Bürgeressen rotet, weil man dazu kein Besteck braucht, liebe Freunde. Da stimmt das Stichwort, liebe Freunde, Messerschere, Gabel, Licht ist für kleine Schwarze nicht. Und weil ich weiß, dass heute auch Journalisten da sind, auch eine davon, die auch so einen Artikel geschrieben hat, wo sie sich quasi geoutort hat, dass sie Angst vor einem Messerschleifer hat. Ich kann euch sagen, fürchtet euch nicht, wir haben heute nur die Schneiderin mit. Aber ich darf euch auch gratulieren zu den Artikeln, die ich geschrieben habe. Eines weiß jetzt auch ganz Österreich, nämlich den Unterschied zwischen dem tapferen Schneiderlein und dem tapferen Schreiberlein. Das tapfere Schneiderlein, das hat es wirklich gegeben, liebe Freunde. Ich danke euch, wie gesagt, dass ich da sein darf bei einer genialen Stimmung. Da sieht man schon eine echte Könnerin, wenn ich die störe, sagt man es gar nicht. Wirklich eine gute Stimmung bei euch. Da gibt es, glaube ich, mehr Leute in dem Raum, als die Grünen nach Wähler und als die keine Zeitung in Salzburg nach Leser hat. Und auch das ist Gott sei Dank. Da spürt man ganz einfach, da liegt was in der Luft. Da liegt in der Luft die Chance auf eine positive Trendwende. Eine Trendwende hin wieder zu einer Hoffnung. Eine Trendwende hin wieder zu einer Normalität, wie es ihr seit Jahrzehnten in Wahrheit geschätzt habt. Eine Trendwende hin wieder zu einer Politik, wo endlich wieder Politik für die Leute gemacht wird. Für und nicht die ganze Zeit schnurkrab gegen die Leute, wie das die letzten Jahre voll war. Und ich befreunde genau deswegen sind wir heute da. Weil wir noch der Meinung sind, es braucht sie noch diese Kraft. Es braucht sie noch diese Kraft, die auf eurer Seite steht. Weil wir die Meinung sind, es braucht sie noch diese Kraft, die sie nicht kaufen können, die sie nicht fabieren können und die sie nicht aufhalten können, egal wie sie es auch probieren. Und weil wir die Meinung sind, es braucht sie noch die Kraft, die da drinnen noch ein Herz für die Menschen hat, ein Herz für euch. Herbert Kickl heißt die Kopf, da unten sitzt er und auch mir wird er auf die Bühne kommen. Volkskanzler statt Volksverräter, liebe Freunde, das ist das Motto. Und bisher haben sie sich irgendwie durchgewurschtelt mit Hinterzimmer-Deals, die Schwarzen und die Grünen. Ich hab's das alle gelesen, wo man sich gegenseitig nicht wehtun will und ja nicht anpotzen will und wo man nur unter Einigkeit die Koalition auflöst. Und so laufen sie nun seit über vier Jahren vor euch davon. Vor euch nämlich als Wähler. Aber sie rückt näher die Stunde Null, liebe Freunde, sie rückt näher. Und nächstes Jahr ist es dann soweit. Nächstes Jahr schlagt sie dann die Stunde Null. Da können sie nimmer davonlaufen von euch. Da seid ihr am Wort. Jeder einzelne von euch. Jeder einzelne für eure Freunde. Jeder einzelne eurer Familie, der schon wahlberechtigt ist. Und dann könnt ihr euch die Rechnung präsentieren für alles das, was euch die letzten Jahre getan haben, liebe Freunde. Für all das, was sie euch angetan haben beim Corona-Wahnsinn. Und da nehme ich mir kein Blatt vor den Mund und das muss man sagen. Weil arbeiten gehen hab's dürfen. Steuern zahlen hab's dürfen. Aber ins Gasthaus und so weiter hab's nicht gedurft. Schlimmer behandelt haben sie euch wie Verbrecher. Schlimmer. Wenn du in Wien draußen ein Pädophiler bist, der zehntausende Kinderpornos hat, dann wirst du keinen einzigen Tag eingesperrt. Dann sitzt du beim Luxusheirigen. Und das werden wir wieder auf die Bier spielen. Nächstes Jahr könnt ihr euch bedanken auch für den Impfzwang, wo euer Körper ihnen bereits nichts mehr wert war. Aber wenn man geglaubt hat, man kann auch über euren Körper bestimmen. Nächstes Jahr könnt ihr euch bedanken für all das, was in der Teuerung mündet. Für das Opfern der Neutralität. Für das Hineinführen Österreichs in den Wirtschaftskrieg und und und. Zu alledem könnt ihr Danke sagen. Und mir freut mich, wenn ihr das Nehammer Video gesehen habt, diese Teuerung, weil er es erklärt, die ist ja nicht vom Himmel gefallen und die ist auch nicht durch euch gemacht. Die ist nicht gemacht durch Teilzeitarbeiterinnen oder Teilzeitarbeitskräfte und die ist nicht gemacht von den Eltern. Nein, nein. Diese Teuerung, die haben Politiker zum Verantwortung. Die haben Politiker zum Verantwortung, die alle Interessen vertreten, nur längst nie meilen. Im Gegenteil sogar. Die vertreten Interessen und verfolgen einen Weg, der ja gegen eure Interessen dann ist. Das war schon bei Corona so. Ihr dürft es nur zahlen. Das ist jetzt auch beim Ukraine-Russland-Konflikt so. Da geht es nicht um eure Interessen, sondern um die Interessen von den Amerikanern, der NATO und was weiß ich was. Ihr dürft es nur zahlen. Das ist auch beim Wiener Kommunismus so. Wo sie ja wollen, dass die Energie teurer wird, wo sie ja zusätzlich neue Steuern oben draufpacken. Da geht es auch nicht um eure Interessen. Ihr dürft es nur zahlen. Und da liebe Freunde, da seht ihr wie verrückt dieses gesamte System ist. Und da mache ich euch folgenden Vorschlag. Genau diesem verrückten System werden wir gemeinsam nächstes Jahr den Stecker ziehen. Den Schwarzen, den Grünen, aber auch den Roten und den Rosaroten. Weil sie immer alle mit dabei waren, wenn es grauslich geworden ist für euch. Wenn es grauslich geworden ist für die Leute, für ihre Familien und für ihre Liebsten. Und stattdessen, liebe Freunde, werden wir wieder was installieren, was es braucht in Österreich. Das ist ein Kanzler aus dem Volk für das Volk. Das ist ein echter Volkskanzler, der hier wird Kicken hast und hier wird wieder rot gekriegt. Und was die Leute gemacht haben. Wie gesagt, dieser Bundesregierung, aber auch den Roten und den Rosaroten. Weil die waren überall mit dabei. Und genau deshalb hat ja auch die Sozialdemokratie jeglichen Anspruch verloren, dass sie irgendeine Alternative stellen zu dieser Bundesregierung. Die können gar keine Alternative stellen, nachdem sie immer dabei waren. Auch dieser Babler nicht. Und von dem ist eigentlich eh nichts mehr übergeblieben, außer dass er zwei Parteitage in kürzester Zeit gebraucht hat. Beim ersten hat er sich verrechnet. Beim zweiten sind 88 Prozent rausgekommen. Könnt ihr euch jetzt selber einen Renten aufmachen, ob die Zahl stimmt oder nicht. Liebe Freunde, Faktum ist schon eins. Ich frage mich jetzt seit Wochen, was muss man eigentlich mitbringen, dass man bei den Roten der Chef wird? Was muss man mitbringen? Also rechnen kann es nicht sein. Wenn man eine simple Addition nicht zusammenbringt, da kriegen wir unsere Futsche-Kinder mehr zusammen. Rechnen ist es nicht. Und dann habe ich mir was angeschaut. Die Bablers, die Ludwigs, die Doskozils, die haben schon eins gemeinsam, liebe Freunde. Alle gemeinsam ein Kampfgewicht jenseits der 120 Kilo. Also, dass du bei denen Parteihauptmann wirst, geht es anscheinend nach dem Motto, hast du einen Nadelstreif und ein Doppelkipp, bist bei den roten Fix drin. Keine Sorge, der Spruch geht noch weiter, bist hingegen stark, fesch und frei, bist bei den Freihändigen dabei und dann darfst du 120 Kilo haben. Das ist ja im Übrigen dieser Babler, der sagt, er schließt eine Koalition mit dem Freiheitlichen und auch mit der Österreichischen Volkspartei aus. Wird wieder ein Rechenfehler sein, weil das wird sich nicht ganz ausgehen. Und der präferiert stattdessen eine Koalition der Ampel. Das ist dieses System, das gerade ganz Deutschland zugrunde richtet, liebe Freunde. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir diese Ampel und dieses System bei uns in Österreich nicht brauchen. Da gibt es auch noch diese Bundesregierung, ihr wisst ihr, das Beste aus zwei Welten. Mittlerweile wissen wir, die meinen Alkohol und Psychopharmaka. Da gibt es auf der einen Seite die Schwarzen, das ist die Kathi und ihr Gatte, da ist man sich nicht so sicher bei den zwei, ihr Gatte der Korn. Die Kathi hat die Hosen an, der Korn, der darf Kanzler spielen. Und deshalb hat er noch nie so wirklich in seine Rolle hineingefunden. Und deshalb macht er seit Jahren eines, er kopiert unseren Herbert Kickl. Er kopiert unseren Herbert Kickl beim Thema Borgelt, kopiert beim Thema Zuwanderung, kopiert beim Thema Sicherheit, kopiert beim Thema Pflege, kopieren, 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 kopieren. Und da denke ich mir, wozu brauchen wir so einen Schauspieler und so eine Kopiermaschine? Wann wird das Original haben können, liebe Freunde? Wenn das halt entgenehm ist, wird das Original. Dann gibt es da noch die Grünen, aber das ist so ähnlich wie bei den Neos, da brauchen wir uns nicht lange aufhalten, weil jeder von euch in Salzburg weiß, die zwar Parteienkosten nur so lang würden, solange du von der Haben noch nicht ausgezogen bist. Damit sind wir auch schon wieder fertig. Aber, aber liebe Freunde, und dann wird es wieder ein bisschen ernster, es wird eine harte Auseinandersetzung werden. Die werden nicht freiwillig gehen. Die werden nicht freiwillig weichen, dieses System. Die werden sich zur Wehr setzen. Aber wir sind bereit, dass wir in diese große Auseinandersetzung hineingehen. Auseinandersetzung, die lautet, ehrliche Politiker, ja, mit Ecken und Kanten, aber wo jeder von euch weiß, woran er ist, gegen Schauspieler, gegen Kopierer, wo man nicht weiß, woran man ist, gegen diese altglatten Lemuren. Eine Auseinandersetzung, die lautet, Politiker, die glauben, sie stehen da oben und da unten, da steht hier der Böbel des Volk, und sie sind was besseres gegen Politiker, die das Volk noch beschützen wollen. Liebe Freunde, die Auseinandersetzung nächstes Jahr lautet, Herbert Kickl gegen dieses abgehobene System von schwarzen, grünen, roten und rosaroten. Herbert Kickl gegen dieses System, wo auch Medien und gekaufte Journalisten, aber auch der Bundespräsident dazuklären. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin bereit, dass ich mich hinter Herbert einreihe, in die erste Reihe. Und Herr Herbert ist bereit, dass er vorausgeht, dass er die Schläge einsteckt, die ersten vom System und von allen anderen und von den Medien. Auch, dass er es wehtut, das gehört schon dazu, aber er kann schon zurückschlagen, das wissen wir alle. Aber wir müssen uns dahinter stellen, und ich bin bereit, dass ich mich hinter ihm stelle und dass ich mit ihm einen gemeinsamen Antrag, bis wir wieder sichergestellt haben, was es gehört in dem Land und was es gehört in einer Demokratie, das ist, dass das Volk wieder der Chef ist und nicht irgendein Politiker. Ich weiß ganz genau, mein Chef, und damit meine ich jetzt nicht den Herbert, der sitzt heute Abend da vor mir, mein Chef, das seid ihr liebe Freunde, jeder Anteil von euch, und ich als Politiker habe euch von denen und von denen. Das ist das, was wir unter Volkskanzlerschaft verstehen. Die österreichische Volkspartei hat ja ein Problem mit dem Namen Volkskanzler. Aber die haben in Wahrheit ein anderes Problem, weil sie nicht aushalten, dass, wie das Wort ja heißt, das Volk vor dem Kanzler kommt. Aber wir Freiheiten, wir haben verstanden, dass das wichtig ist, dass zuerst einmal das Volk kommt und dann hinten nachkommt erst der Kanzler. Und das, liebe Freunde, das verstehen wir unter Volkskanzlerschaft. Und da ist auch nicht das geringste Böse daran, liebe Freunde. Und noch etwas verstehen wir an der Volkskanzlerschaft. Und ich bin ja am Urlauer, nur weil wir kein Krankenhaus haben, bin ich bei euch im Lungau geboren. Bei uns hat mir meine Großmutter noch etwas mitgegeben, was in Wien draußen schon längst immer modern ist. Liebe Freunde, das ist etwas ganz Wichtiges vor allem für Kinder. Und in dem Alter hat es mir das auch mitgegeben. Das ist, dass man einen Schutzengel hat. Das ist in Wien draußen immer modern. Aber wisst ihr, warum das für Kinder so wichtig ist? Das ist, dass egal, wo das Kind hingeht, dass es sich beschützt fühlt. Dass es ein Urvertrauen hat und dass es das Gefühl hat, dass irgendjemand auf dieses Kind aufpasst. Und genau dieses Urvertrauen, das haben alle vier Parteien die letzten Jahre den Menschen genommen. Alle Österreichern. Von den Jungen bis hin zu den Alten. Und ich sage euch aus tiefstem Herzen. Es wird Zeit, dass wir der Bevölkerung dieses Urvertrauen wieder zurückgeben. Und dass es endlich wieder einen Beschützer gibt für die Leute mit unserem Helden. Und noch etwas verstehen wir an der Volkskanzlerschaft. Das ist, dass ihr alle auch im echten Leben wieder an erster Stelle kommst. Auch nicht nur bei den Schlagzeilen oder in den Zeitungen oder was weiß ich was. Sondern dass ihr sagt, spürt ihr das an erster Stelle seid. Weil eines hat Jörg Heider schon durchschaut. Und ihr wisst das alle. Vor Jahrzehnten hat Jörg Heider schon durchschaut, dass wir in einer Schieflage sind, wo immer für die gesamte Welt ein Geld da ist, aber nie für die eigenen Leute. Auf Knopfdruck über 100 Millionen für die Ukraine. Jetzt frage ich euch, wo geht denn hier was auf Knopfdruck für die eigenen Leute? Für die Senioren, für die Familien, für die Frauen, für die Fleißigen in dem Land, für die Bauern. Da geht nichts auf Knopfdruck. Auch nicht für die Arbeiter und für die Anständen. Auf Knopfdruck, wenn in der Türkei ein Erdbeben ist. Über Nacht müsst ihr euch vorstellen. Millionen. Millionen. Über Nacht. Wenn bei uns in Österreich ein Hochwasser ist. Da kann den eigenen Leuten der Gatsch bis zum Hals stehen. Da dauert es Jahre, wenn die Leute überhaupt irgendwas bekommen. Und auf Knopfdruck sind die Grenzen offen für Zuwanderer. Und ihr wisst das alle, letztes Jahr über 110.000 Illegale. Im Übrigen heil auch schon wieder über 50.000. Im letzten Jahr über 110.000 Illegale über die Grenze hereingekommen. Da sind im Übrigen die ganzen Ukraine noch gar nicht dabei. Und jetzt vergleicht es einmal die Stadt Seekirchen mit 11.000 Einwohnern. Und dann vergegenwärtigt euch einmal was das heißt. Das heißt pro Monat. Nicht ein paar Zelte. Pro Monat. Mehr als die Stadt Seekirchen Einwohner hat. Herein in unser Sozialsystem. Während für die eigenen Leute kein Geld da ist. Herein in unser Krankensystem. Während ihr alle, wenn ihr wirklich einmal was braucht, nach einem arbeitsintensiven Leben ewig auf einem Behandlung warten könnt. Das ist hereingekommen. Mehr als die Einwohner von Seekirchen pro Monat. Jedes Haus, jede Wohnung, jedes Zimmer, jedes Bett, liebe Freunde. Das ist die Schieflage in diesem Land. Und mit euch gemeinsam werden wir das absprechen. Das verstehen wir an der Volkskanzlerschaft. Dass zuerst wieder der Österreicher was zählt. Dann kommt der Österreicher, der Österreicher, der Österreicher, der Österreicher. Dann kommt lang nichts. Und wenn dann noch irgendwas übrig bleibt, lieber Freunde. Dann kommt der Rest. Wenn man es genau nimmt, dann sehen wir zuerst noch die Steuern. Dann schauen wir auch noch, was übrig bleibt, liebe Freunde. Und genau das ist unser Angebot. Aber gleichzeitig auch unsere große Bitte an euch. Wie gesagt, unser Herbert ist bereit. Wir alle sind bereit, dass wir vorausgehen. Und vor allem unser Herbert. Und dass wir uns anlegen mit diesem System. Mit allen vier anderen Parteien. Mit den Medien. Mit dem Bundespräsidenten. Mit all denen, die es nicht gut gemacht haben mit euch. Vor allem die letzten Jahre. Aber wir werden euch brauchen. Wir sind nicht so hochnäsig und so abgehoben, dass wir glauben, das geht irgendwie so. Oder das ist schon gewungen. Oder sonst irgendwas. Egal was die Umfragen sagen. Wir werden euch brauchen. Jeden Arztentfeich. Und das ist unsere große Bitte. Aber eines verspreche ich euch aus tiefstem Herzen. Wenn wir alle Zauernhöfen. Alle Zauernhöfen, die da heute herinnen sitzen. Und auch eure Lieben zu Hause und darüber hinaus. Die, die heute leider keinen Platz mehr gehabt haben. Wenn wir alle Zauernhöfen, die da drinnen spüren. Ganz tief da drinnen. Dass sie nicht der Knecht und der Untertan von irgendeinem Politiker sind. Wenn wir alle Zauernhöfen, die längst gemerkt haben, dass es in diese Richtung nicht mehr weitergehen kann. Wenn wir alle Zauernhöfen, die nicht mehr zuschauen wollen, wie das in wenigen Jahren verludert wird. Was unsere Alten in jahrzehntelanger, harter Arbeit im Schweiß ihres Angesichts aufgebaut haben, liebe Freunde. Das war nämlich kein Politiker. Und wenn wir alle Zauernhöfen, die wollen, dass unsere Kinder noch eine Zukunft haben. Dann verspricht ich euch, dann werden die ein blaues Mond erleben. Und dann werden wir es auch an die Zukunft haben. Unser Ziel ist es, dass mit der Stunde der Volkskanzlerschaft die Stunde des Volkes schlägt. Das heißt die Stunde eines jeden Arzt sein von euch und die Stunde euren Liebsten, liebe Freunde. Und dann wird unser Herbert wieder dafür Sorge tragen, als Volkskanzler der Republik Österreich, dass wieder Gerechtigkeit einsehen in dem Land. Und damit schließt sich jetzt der Kreis, dass endlich wieder Politik für euch, wirklich für euch gemacht wird. Und nicht die ganze Zeit schnurgrat gegen euch, wie es die letzten Jahre passiert ist. Liebe Freunde, ich glaube an euch, ich bitte euch aber aus tiefstem Herzen. Das wird nicht einfach. Das wird auch ein bisschen wehtun, diese Auseinandersetzung. Aber wenn wir zusammenhocken und gemeinsam andrücken und denen zeigen, wozu das Volk gemeinsam mit einer Volkskanzlerbewegung in der Lage ist, dann wird das Ganze gut ausgehen. Ich bin stolz auf euch. Ich glaube an euch. Glück auf! Applaus Vielen Dank.